Es wäre aber auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, jetzt tatsächlich an einem virtuellen 3D-Modell zu lernen. Ich persönlich sehe Zukunftschancen gerade in volumetrischen Displays. Das heißt, man braucht kein physikalisch vorhandenes flaches Display mehr, kein Monitor, kein Beamer oder keine Beamerfläche, sondern man projiziert Inhalte oder 3D-Modelle direkt in den Raum. Da gibt es interessante Ansätze, die das versuchen umzusetzen. Inwieweit das dann in den nächsten Jahren umgesetzt werden kann tatsächlich und dann irgendwann auch Einzug in den Alltag findet, wird spannend sein zu beobachten. Es gibt zum einen die Erweiterung von Handbüchern oder Lehrbüchern mit digitalen Inhalten. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Biologiebuch und wenn man im Smartphone oder Tablet drüber geht, erscheint der menschliche Körper oder das Nervenzentrum wird eingeblendet oder dergleichen. Parallel dazu gibt es die Entwicklung, dass zum Beispiel Texte live übersetzt werden. Das heißt, man hält sein Smartphone über ein fremdsprachliches Buch oder ein fremdsprachliches Plakat und bekommt auf dem Display direkt die Übersetzung eingeblendet. Ein großer Aspekt der Augmented Reality ist, dass man im Prinzip ein virtuelles Fenster in eine Maschine öffnen kann und so den direkten Blick auf einzelne Bauteile, auf Elemente der Maschine offenlegen kann und so wieder zeigen kann, was denn für Prozesse darin ablaufen. Was früher an mechanischen Maschinen relativ einfach von außen zu sehen war, ist heute vielfach gar nicht mehr zu sehen. Und das ist halt ein Aspekt, den man durch die Verknüpfung der Realität mit diesen digitalen Inhalten, durch die Augmented Reality sehr gut umsetzen kann. Das heißt, wir überlagern die Maschine mit digitalen Inhalten, in unserem Fall dann mit 3D-Modellen und visualisieren Prozesse und Abläufe, die daran ablaufen. Und durch diese Verknüpfung zwischen dem Theoretischen, was in der Berufsschule vermittelt wird und dem, was man tatsächlich an der Maschine, an der realen Maschine und an der erweiterten Maschine sehen kann, die führt halt dazu, dass komplexe Prozesse besser gelernt werden können. Ein großes Hemmnis in dieser Umsetzung digitaler Lernmethoden, gerade wenn Smartphones und Tablets eingesetzt werden sollen, ist die Hemmung vieler Lehrender bzw. Bildungsinstitutionen, die diese Geräte einzusetzen. Smartphones und Tablets als Lehrinstrument sind gerade an Berufsschulen, so ist unsere Erfahrung, aktuell gar nicht verbreitet. In der ersten Erprobung des Social Augmented Learning, die wir zusammen mit Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben durchgeführt haben, war zu beobachten, dass vielfach ein Umdenken auf Seiten des Lehrpersonals nötig ist. Was früher Frontalunterricht war, das funktioniert heute zumindest im Einsatz digitaler Medienunterricht nicht mehr. Es sind auf jeden Fall andere Lernprozesse, die da stattfinden. Also es ist nicht mehr der Schüler, der in der Klasse sitzt und gelangweilt den Lehrer anstarrt, sondern es sind tatsächlich Kleingruppen, die sich von selber bilden, ohne dass man aktiv wird, wo dann einzelne Schüler, die vielleicht in ihrem Betrieb schon den Stoff, der gerade behandelt wird, kennengelernt haben, anleiten, das heißt selber zu Fachexperten werden, in ihren kleinen Gruppen dann ihren Mitschülern erklären, was denn gerade Fachinhalt ist, was gerade vermittelt werden soll. Und diese Prozesse zu beobachten, ist der erste Schritt, den wir jetzt im Projekt machen. Darüber hinaus wollen wir natürlich sinnvolle und erfolgreiche Konzepte daraus extrahieren. Das heißt, wir wollen nicht nur schauen, was passiert, wenn man Schülern ohne Anleitung Lerninhalte des Social Augmented Learning an die Hand gibt, sondern direkt zu zeigen, wie es denn im besten Fall laufen könnte. Und das heißt, wir wollen nicht nur sagen, wie es denn im Betrieb gibt,